Jetzt im Herbst ziehen sich die Nährstoffe in die Wurzeln zurück. Das ist der ideale Zeitpunkt, um Wurzelgemüse zu ernten und zu kochen. So auch hier im Grumbacher Hof in Grumbach in der Buckeligen Welt. Eine Kärntnerin setzt auf Wurzelgemüse, das fast in Vergessenheit geraten ist. Haferwurzeln, Knollensist oder Erdmandeln sind ein echter Geheimtipp. Die Welt der Wurzeln ist bunt und vielfältig. Haferwurzel, Erdmandeln, Schwarzwurzeln oder Jakonknolle sind alte Sorten, die schon von Alters her als Gemüse genutzt werden. Für Christina Wildhaber, die im kärntnerischen Brückel den Michelhof bewirtschaftet, ist Wurzelgemüse ein wichtiger Teil im Gartenbau, neben alten Gemüsesorten und Kräutern. Vom Samenkorn zum Samenkorn heißt bei ihr die Devise. Die Faszination ist, man hat im Frühling einen klitzekleinen Samen und aus dem werden noch ganz unterschiedliche Sachen, also diese Formenvielfalt, die Farben, die unterschiedlichen Geschmacksrichtungen und dieses Arbeiten mit der Erde. Der Knollensist zum Beispiel stammt ursprünglich aus Japan, ein nachhafter Leckerbissen, der roh gedünstet oder gebraten gegessen werden kann. Nur eine von 20 Wurzelsorten, die hier gedeihen. Ein guter Tipp ist es, das Wurzelgemüse in Kombination mit Zwiebel, Knoblauch oder Kren anzubauen. Das hilft gegen Wühlmäuse. Und was ich auch nie mache, ist von einer Sorte alles auf einen Fleck. Also die Erdäpfel werden quer verstreit, damit ich es den Mäusen nicht zu einfach mache. Weil wenn sie einmal einen Fleck gefunden haben, dann fressen sie den Kahl. Und wenn ich alles auf einen Ort und Stelle hingepflanzt hätte, dann wäre das alles weg. Jetzt im Herbst ziehen sich die Nährstoffe der Pflanzen in die Wurzeln zurück. Der perfekte Zeitpunkt für die Ernte. In der gesunden Küche bringt Wurzelgemüse jede Menge Abwechslung auf den Speiseplan. Die Tarte Tarte kommt aus der französischen Küche und eignet sich gut, um Reste zu verwerten. Was man super vorbereiten kann, wenn man am nächsten Tag, wo man das Essen braucht, keine Zeit hat. Das kann man über Nacht ruhig im Kühlschrank stehen lassen. Es schmeckt kalt fast besser als warm. Sämtliche Gemüsesorten wie Kartoffeln, Knollenzist, Haferwurzel, Topinambur, Tomaten werden für den Belag kurz gegart, souteniert oder angebraten und dann dicht und gefällig in eine Form eingeschlichtet. Mit Ziegenkäse und einem Topfenteig abgedeckt, kommt die Tarte Tarte dann für 35 Minuten ins Backrohr. Die meisten Wurzelsorten stammen von wildwachsenden Pflanzen, die zu Kartengemüse herangezüchtet wurden. Sie enthalten viele Vitamine und Mineralstoffe. Ein echter Geheimtipp ist zum Beispiel die Erdmandel. Sie ist weder Nuss noch Steinobst, sondern ein Sauergrasgewächs und kommt ursprünglich aus Ägypten. In Spanien ist die Erdmandel schon seit dem Mittelalter in aller Munde und liefert mit der Orchata ein erfrischendes Getränk. Für die Erdmandelmilch nimmt man ja meistens getrockene Mandeln. Die sollte man 24 Stunden einweichen. Wir haben aber jetzt gerade ganz frische Erdmandeln geerntet und die können wir jetzt gleich verarbeiten. Die frischen Erdmandeln werden mit Wasser fein püriert, mit Zimt, Vanille, Honig und Zitronenschale gewürzt, dann zwei Stunden ruhen lassen und abseihen. Wer Außergewöhnliches sucht, ist mit einer süßen Sellerie-Creme gut beraten. Die grob geschnittene Knolle wird in Sahne und echtem Vanillemark kurz aufgekocht. Die Reste der Vanille weiterverwerten. Man nimmt diese Reste einfach und gibt sie in einen Behälter und an Zucker drauf und darf das Ganze einfach ziehen, denn die Schoten lässt man auch überhaupt drinnen und es ergibt einen super Vanillezucker. Den Sellerie abseilen mit dem mit Zucker aufgeschlagenen Eidotter vermischen und in Formen gießen, im Wasserbad bei 170 Grad garen. Mit einer Tarte Tantin, der Sellerie-Creme und der Erdmandelmilch gelingt es ganz sicher, den Geschmack des Herbstes in die Küche zu holen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.